Hallo, ich habe diese Fahrradhandschuhe als Produkttest erhalten. Meine Meinung ist aber unbeinflusst. Weiter nach dem Intro. Packen wir sie mal aus. Wir haben hier schon mal einen Clip, der sie zusammenhält. Die Anschlüsse sind oben wie Neopren. Dann hier ein Reißverschluss. Die können also nicht komplett geöffnet werden. Bleibt hier so. Hier haben sie diverse Polsterungen. Und sind rutschfest. Der Finger ist wahrscheinlich, dass man das Mobiltelefon bedienen kann. Geht. Also man kann damit das Telefon bedienen oder ein Touchscreen eben. Hier ist die Polsterung. Sie sind sehr warm. Innen haben sie so einen Mikrofaser Velourstoff. Der, wie man hier sieht, auch fusselt. Hand ist ein bisschen nass geschwitzt. Aber für den Winter eine schöne Sache. Wer sowas haben will, kann es sich gerne kaufen. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Oder euch eins der anderen Videos anseht. Kommentare sind auch erwünscht. Und ich danke dafür, dass euch das Video angesehen habt. Und ich danke dafür, dass euch das Video angesehen hat.